Ja, sehr gut. Wie viel, was gedacht? Da ist es echt blöd, Stämme an der Bord, wo wir uns das Auto zeigen. Ich bin ein paar Triebeider. Ich glaube, das ist ein Schnee. Ich habe den Kopf gekauft. Ich habe den Kopf gekauft. Ich habe den Kopf gekauft. Ja, mein Zug ist jetzt zu wirklich. Vielleicht muss man zu Hause nicht zu wirklich. Ach so, ja. Ah ja, vielleicht kennt man auch meine Musik. Oh, ich weiß schon. Ach, ihr macht ein Video? Natürlich! Ja, natürlich! Das hat nicht gescheitert. Wir gucken, wir gucken, wir sind immer noch mal hier. Das war ein guter Platz für die Nacht. Jetzt ist das letzte Zeit. Jetzt bist du alleine. Es ist nicht so, als ob man nicht vorgestern schon entgegraben war. Ja, ja. Viel Gas. Du bist da mal rennen sogar zu fahren, oder? Nein, aus der Rennstrecke, mit der Motorrad. Aber wenn du da drüber gehst, oder? Jetzt geht es nicht mehr weiter. Armin, sag ihm, der Kuhn hat dann den Traktor. Der Messerfuss für 100 Euro. Ja, ja, ja. Armin, vor einer Woche nochmal noch gehört es nicht mehr. Wer wird der Erste sein? Ja, genau. Allerdings ist er der Erste, der Zweite und der Dritte. Aber du hast dich da drüber gehst, oder? Nein, nein. Ich sollte doch noch wenigstens liegen. Einfach weg weiter. Armin, soll ich euch heute bei Hartwarten holen gehen? Ja, 64 GB das geht. Ah, ja. Nein, nein, nein. Dann kommst du ein bisschen nach vorne runter. Ich steh nicht ab, da geht vor ein Sprit raus. Gibst du auf? Ja, so langs Hölle. Es gibt ja nicht auf. Oder. Guter Sprühfleisch. Gibst du auf? Aufgeben von Papier. Ja, na passt. Ja. Armin, warte gern mal das Kennzeichen auf mich. Ja. 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 Ja, aber die können... Ja, das war kein Gestalt. Ja. Mit Ihnen fällt das nicht so an. Sie wissen Sie. Sie wissen Sie, dass es einen sowieso nicht. Genau. Aber... Es kommt jetzt mal die Energieprobleme. Ja. Ja. Aber ich... Das ist doch. Ohne sanfte, glaube ich. Ja. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Gib auf! Gib auf! Unglaublich! Schaffst du das? 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 So, Onlauf. Ich hab probiert. Onlauf, Stefan. Fullen Onlauf. Aber mit wenig Gas. Wenig Gas zum Weg fahren. Was kann die Schnee ketten? Was freu ich noch mal. Jetzt was hüpfen. Vielleicht darfst du es noch, dass einmal da herkommt, dass ich mich wieder gut in den Wind stehe. Stell ihn ab. Stell ihn ab. Stell ihn ab. Stefan, stell ihn einfach ab. Und er gibt nicht auf Wahnsinn. Ich stehe da und gucke so. Kann man mir helfen vielleicht? Was? Wir haben ihm schon geholfen. Lass das Auto stehen, aber er will nicht. Lass ihn doch da stehen. Wie haben wir vorhin? Wie haben wir ihn? Wie sehen wir ihn? Haben wir ihn nicht? Wie sehen wir ihn?